Hier unten rechts an dem rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen. Man sollte immer alles so hören, wie schnell es einem angenehm ist. Ja, neue Parteien. Seit Jahrzehnten haben sich insgesamt ca. 500 Parteien gegründet, um zu scheitern. Weil sie in der Illusion lebten, sie wüssten irgendwie, wie man einen Staat zu regieren hat. Und dabei wussten sie es überhaupt nicht. Und hatten also nichts, was besser war, grundsätzlich besser war als die Altparteien. Und Platz ist jetzt im Moment nur für eine neue Partei, die wirklich grundsätzlich alles besser machen kann als die alten Parteien. Und jetzt wird man sehen, ob die Partei das Fortschritts diesen Sprung schafft, ob die Basis Österreich diesen Sprung schafft. Oder eben dabei bleibt, dass sie genauso schlecht, unbedingt wieder genauso schlecht sein möchte wie die alten Parteien. Ja, oder ob wir2020.de endlich richtig durchstartet, was ja zu wünschen wäre. Ja, und die Fortschrittspartei ÖST-AT, also österreichische Fortschrittspartei. Da waren sehr viele lange, nette Telefonate mit der Vorsitzenden. Ich hoffe, dass sie da so fleißig weitermacht und dass wir bald die erste Talkshow produzieren. Ja, und dann die Linke ist mittlerweile rechts geworden. Ja, also wir haben einen extremen Rechtsruck jetzt gerade. Das heißt, die linken Parteien, die früher die größten Kritiker der kapitalistischen, profitgeilen Pharma- und Impfkonzerne waren, die sind so zahm wie Schäfchen und sagen, ach, das sind alles Engel. Ach nein, diese kapitalistischen Großkonzerne, die sind überhaupt nicht böse. Die sind ein Segen der Menschheit. Ja, und bei der Linken gibt es vielleicht noch so ein paar, die wollen so eine gewaltsame Revolution gegen die Reichen. Und auf der anderen Seite, die Mehrheit scheint auch schon, wie bei den Grünen, absolute Kapitalismus-Fans zu sein. Und damit ist also quasi die Linkspartei ist rechts geworden, die Grünen sind rechts geworden. Das sind alles ehemalige Linke, sogar Linksradikale. Und die ganzen Parteien haben sich nach rechts bewegt, nach rechts bewegt. Das ist schon der Hammer, ne? Und Sarah Wagenknecht hat einen neuen Begriff eingeführt, das Post, also nicht eingeführt, sondern sie war in einer Sendung, wo auch über das Thema Postkapitalismus gesprochen wurde. Es gibt wohl so ein Buch, Postkapitalismus, kann man sich wahrscheinlich sparen, weil wahrscheinlich keine echten Erkenntnisse drin sind. Aber das Wort ist schön, denn jetzt kann man sagen, die Next Scientists for Future sind die einzigen, die einen sanften, behutsamen, vernünftigen Weg zum Postkapitalismus haben. Und zwar einen bodenständig linken Weg, nichts Radikales, nichts Extremes, kein Hass auf Reiche, sondern wir lieben Reiche, wir lieben Unternehmer. Aber trotzdem wollen wir, dass die Unternehmer den Wählerinnen dienen sollen. Also wenn jemand überhaupt noch irgendwo Sklave ist, dann sollen die Unternehmer die Sklaven der Wählerinnen sein. Und nur dann noch Verdienstzuschüsse bekommen, wenn sie messbar das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner ihrer Unternehmen gesteigert haben. Und auch noch ein bisschen das Wohlfühlen aller anderen Bürger im Lande. Ja, und das ist echte linke, bodenständige linke Politik. Aber was in der großen Politik im Moment los ist, ist einfach, gibt es nur ein Wort, mangelnde Kompetenz. Ja, dann ein wichtiges Wort ist auch noch die Zweischienigkeit. Wir als Wissenschaftler müssen wir natürlich immer offen sein dafür, dass es grundsätzlich zwei theoretische Möglichkeiten gibt, zu einem besseren Leben zu kommen. Also mein Wohlfühlen, meine Gesundheit, meine Langlebigkeit und meinen Wohlstand zu steigern. Da gibt es zwei Wege. Entweder man steigt aus diesem Krankensystem aus und zieht in eine Insel, eine Insel, die kann man nennen, Kommune, Wohngemeinschaft, Mehrgenerationenwohngemeinschaft, eine Insel. Aber Vorsicht, das geht meistens schief. Denn in der Insel haben die Leute alle den Kopf voll von oben bis unten mit dem Raubtierkapitalismus, nämlich mit den vorteilbringenden Irrtümern, den parasitären Memen, den manipulierenden Killerviren des Geistes, sind wir alle durchmanipuliert und sind eigentlich unfähig gemacht worden zum glücklichen Leben, ohne dass es den Konzernen bewusst war, wurden wir manipuliert zum Unglücklichwerden oder zur Glücksunfähigkeit, damit wir mehr kaufen müssen. Das ist ein unbewusster, nicht bewusster Evolutionsprozess sozusagen. Und von daher sind wir sozusagen so durchmanipuliert, dass in einer Insel, also Kommune oder Wohngemeinschaft oder Gemeinschaftsprojekt, dass die Menschen sich dort eher die Hölle auf Ehren bereiten. Weil die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Memen, die Killerviren des Geistes bedeuten ein durchmanipuliertes Sein zur Streitsucht, zur Unsachlichkeit, zur Unfairness, zu allem Möglichen, zur Verklemmtheit und, und, und. Also das heißt, der Mensch im Kapitalismus ist so durchmanipuliert, dass er in einer Insel erst einmal dazu neigt, sich mit den anderen Inselgenossen eine Hölle auf Erden zu bereiten. Also braucht es solche Supervisoren wie die nextscientistsforfuture.de mit ihrer Fähigkeit, mit ihrer VIAT, vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, der einzigen zukunftsträchtigen Psychotherapieform. Und diese VIAT angewendet bedeutet, wir müssen mit den Inselbewohnern hart arbeiten, um die ganzen VIIs, die vorteilbringenden Irrtümer, Parasitären, Memen, Killerviren des Geistes, rauszuwerfen. Quasi die Infektion mit den Killerviren des Geistes zu beenden. Und dann können die eventuell in der Insel wirklich richtig glücklich leben. Ja, das könnte man machen. Und wenn es dann viele solche Inseln gibt, dann ist am Ende der ganze Staat gesund. Besonders wenn sich diese Inseln dann selbst intern eigene Inselverfassungen geben, die quasi dem Bild eines idealen Mini-Staates entsprechen, wie die nextscientistsforfuture es vorschlagen würden. Und wenn dann ganz viele Gemeinschaften sind, dann ist irgendwann der ganze Staat gesund und richtig. Ja, und der zweite Weg ist, über die Parteien zu versuchen. Nur das sieht nicht gut aus. Es sieht so aus, als ob nach wie vor alle Parteien, die gegründet werden, 99 Prozent aller Parteien, die gegründet werden, gegründet werden, um zu scheitern. Ja, denn die Leute, die die Parteien gründen, leben in der Illusion, sie könnten ein Land besser regieren als die Altparteien. In den meisten Fällen könnten sie es höchstens schlechter regieren, noch schlechter regieren. Also es ist ja schon schlimm genug, wie die Altparteien das machen, aber die meisten Neuparteien würden es wahrscheinlich noch schlechter machen. Ja, und dann haben wir, ja, so viel zum Wort Zweischienigkeit. Also ich tendiere im Moment mehr zum politischen Weg, obwohl trotz der unzähligen Talkshows mit, wir haben glaube ich mittlerweile 40 Talkshows mit Parteivertretern und Vorstandsmitgliedern und Vorsitzenden von Parteien. Aber so richtig tut sich nichts, weil vielleicht ist das eine Sackgasse, weil die Menschen, diese Leute, die die Parteien gründen, das einfach nicht können. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch die eine Ausnahmepartei, die dann quasi, wir haben ja nur zwei Ausnahmeparteien in Deutschland. Die Grünen haben es irgendwie geschafft und die AfD hat es irgendwie geschafft. Zumindest ist sie jetzt schon länger da, ohne verschwunden zu sein. Und dass jetzt noch eine neue Partei kommt, das kann nur mit unserem Know-how gelingen. Aber die Parteien neigen dazu, es immer mit ihrer eigenen nicht ausreichenden Kompetenz zu tun. Und daran scheitern sie dann natürlich immer wieder. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich vermute oder befürchte, dass die Basis Deutschland in Sachsen-Anhalt bei der nächsten Landtagswahl etwa 0,5 Prozent bekommen dürfte. Und das dürfte dann das Ende dieser Partei bedeuten. Ja, dann haben wir noch als Thema bei den Volksentscheid-Wahlprogrammen. Sie erinnern sich immer, fünf verschiedene Vorschlagsgruppen an Gesundheitsreformvorschlägen den Wählern zur Auswahl geben. Zusammen mit dem sechsten Punkt, der immer unten drunter steht. Also eigentlich müssen da immer so runde Dinger sein, mit der Möglichkeit, ein Kreuz reinzusetzen unter jedem Vorschlag. Und der sechste, der unten steht, ist immer alles lassen, wie es bisher. Also entweder die Wähler kreuzen an, ich will alles lassen, wie bisher, oder ich will eine dieser fünf Vorschlagsgruppen. Und wenn das dann gewählt worden ist, konsensiert worden ist, kann man ja die Gewinnervorschlagsgruppe nochmal in fünf präzise Vorschläge aufsplittern und dann die Wähler nochmal konsensieren. Das sind zum Beispiel im Rahmen eines Vorwahlen-Mini-Volksentscheides, wo also nur der Aufwand besteht, immer nur eine repräsentative Wählerstichprobe von 500 Leuten wählen zu lassen. Und das ist ein sehr geringer Aufwand, das ist machbar und finanziell vertretbar. Und so kann man dann damit arbeiten. Und unter jede dieser Gruppen gehört natürlich noch die Bemerkung, ob die Experten, die diese Reformen entwickelt haben, ob die auch zur Verfügung stehen, in den Ministerien mit der Partei zusammen diese Reformen kompetent durchzuführen. Denn wenn jemand, der sich nicht auskennt, eine Reform, die er auch nicht selbst entwickelt hat, versuchen würde umzusetzen, dann geht das wahrscheinlich nach hinten los und die Reform wird eine Katastrophe. Schluckwasser. Ja, dann haben wir, ja, ich habe es eben schon gesagt, die Linke erweist sich immer mehr als Genosse der Bosse. Die einzige echte Linke sind noch die Next Scientists for Future. Wir haben also einen gewaltigen Rechtsruck in Deutschland. Ja, also, weil die meisten Menschen nicht mehr in der Lage sind, diesen bösartigen, brutalen Raubtierkapitalismus auch nur im Mindesten zu hinterfragen. Ja, wir hatten die Frage, ich erzähle jetzt ein bisschen aus den Talks, die die letzten Tage waren, die wir nicht senden, weil die nicht, nicht jeder Talk wird aufgezeichnet. Manchmal sind es auch nur Plaudertalks sozusagen. Kann ein verantwortungsbewusster Unternehmer im Raubtierkapitalismus überleben? Die Herr Wagner, Jürgen Wagner, bekannt aus Maischberger, aus der berühmten Talkshow und von Stefan Raab und so weiter und vom NDR und so weiter. Also, in der Sendung, da wurde ein Bericht über ihn gebracht, mittendrin, dieser berühmte Herr Wagner, Theologe, sagt, ja, das kann gehen. Denn die Menschen sollen sich zu hohem Verantwortungsbewusstsein entwickeln und das geht dann auch irgendwie. Während die Evolutionsbiologen sagen, nein, leider ist es so, dass entweder ein Unternehmer verliert, ohne dass es ihm bewusst ist, über den Mechanismus der vorteilbringenden Irrtümer sein Verantwortungsbewusstsein, oder er geht pleite. Denn der brutale Raubtierkapitalismus ist ein brutaler Selektionsfilter. Da geht es ganz brutal ums Aussterben derjenigen Unternehmer, die nicht das Optimale im Markt tun. Und deswegen gehen die Evolutionsbiologen davon aus, dass nur Unternehmer mit starken vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen, Killer werden des Geistes, die also glauben, also die faktisch Schädliches ihren Kunden anbieten, aber glauben, es sei gut. Die können überleben. Aber die, die wirklich verantwortungsbewusst das Ungesunde ihren Kunden nicht antun, die gehen pleite. Weil der Markt, der Raubtierkapitalismus, diese Form des ungelenkten Marktes, bietet diese Möglichkeit, nicht zu überleben. Also nur, wenn sie als Ernährungslieferant, nur wenn sie den Kunden schaden und diese vergiften, können sie überleben. Nicht, weil sie den Leuten schaden wollten, natürlich nicht, sondern weil sie nur dann überleben können, wenn sie die billigsten hergestellten Schrottnahrungsmittel verkaufen, die aufgrund der Billigstzutaten wie billigste Zucker und Süßstoffe und so weiter total giftig sind. Dann haben sie die größte Gewinnspanne und können auf dem Markt überleben und ihre Kunden werden nach einigen Jahren chronisch krank. Aber wenn sie jetzt verantwortungsbewusst sind und nur gesundes Liefern und so weiter, dann sind sie schneller pleite, als sie gucken können. Weil sie können das ja den Kunden schlecht direkt beweisen. Und das heißt, die sind einfach nicht bereit, die höheren Preise zu zahlen, weil ja niemand genau weiß, ob Bio nur eine Lüge ist oder echt ist. Das wissen sie aber keinem, wenn sie vor einem Bioprodukt stehen. Sie wissen doch nicht, ob es Betrug ist oder echt. Und von daher sind die Leute nur sehr begrenzt bereit, mehr Geld für Gesundes zu bezahlen. Und dann gehen sie pleite. Und unser Konzept macht das nochmal ganz anders. Unser Konzept gibt ja über die Verdienstzuschüsse, geben wir ja dem Marktleiter mehr Verdienstzuschüsse, wenn die Kunden sich gesünder entwickeln. Dafür kann er einen Teil dieser Verdienstzuschüsse umwandeln in eine Preissenkung für die super teuer hergestellten, kerngesunden Sachen und kann da die Preise senken, um die Kunden hinzulenken zu den super gesunden Sachen. Und dann kriegt er wieder mehr Verdienstzuschüsse und dann rechnet sich das Ganze. Aber im jetzigen System rechnet sich nur das Vergiften der Kunden. Ohne dass das Vergiften selbst das Ziel ist. Es ist nicht so, dass die Medizinindustrie quasi die Marktleiter finanziell dafür belohnt, dass sie die Leute krank machen und der Medizinindustrie und der Pharmaindustrie Kunden verschaffen. Nein, so ist es nicht. Sondern es ist einfach nur so, dass der Preisdruck die Marktleiter dazu zwingt, die giftigen Produkte mit der hohen Gewinnspanne bevorzugt im Markt zu platzieren. Ja, und man muss sich fragen, manche Parteien, mit denen wir gesprochen haben, da muss man sich fragen, ob es sich nicht um eine Partei der Heroinsüchtigen handelt. Wenn jemand Heroinsüchtig ist, was will er dann von der Politik? Er will eigentlich nur mehr Konsum und glückliches Leben, also suchtfreies, glückliches Leben interessiert ihn gar nicht, sondern der ist voll in seiner Sucht und so weiter. Das heißt, eine Partei der Heroinsüchtigen, die sagt quasi, ja, ich vermisse doch die Sexualität gar nicht. Ich vermisse doch den Körperkontakt gar nicht. Nee, solche Bedürfnisse habe ich gar nicht. Nein, gar nicht, gar nicht, ja. Aber trotzdem konsumieren diese Leute die Erde zu Tode, aus ihren Süchten heraus. Und so jemanden, wenn so jemand eine Partei macht, das wird nichts. Weil der hat ja keine Idee, wie er das Leben der Menschen glücklicher machen könnte. Ja, dann wurde in der Talkshow geäußert, dass die Leute seien doch schon immer verhungert und Kriege hätte es schon immer gegeben und so weiter. Das ist alles nicht wahr. Die Hungersnöte und Kriege sind erst wahrscheinlich vor 400.000 Jahren entwickelt worden, wieder neu entwickelt worden, weil die Menschen waren da wahrscheinlich schon drei Millionen Jahre pazifistisch. Die Frühmenschen, die Homo, also wahrscheinlich war schon der Homo, wie heißt der eigentlich, Homo Faber, Homo Habilis, Homo Erectus, die waren wohl schon pazifistisch. Ja. Und dann ist in den Gesprächen vorgekommen, dass es darum ging, ja, die Leute sehen die Schrecken der Hitlerzeit im Fernsehen, jede Woche und so weiter. Aber sie sehen kein Problem darin, dass sie immer noch in genau dem System leben, das Hitler hervorgebracht hat. Es hat sich nämlich nichts Grundsätzliches geändert. Das Wirtschaftssystem, dieser brutale Raubtierkapitalismus ist noch genauso wie bei Hitler. Und die kleinen Änderungen im politischen System, die sind fast unbedeutend. Ja, also jederzeit kann so etwas immer wieder kommen, weil das System ist im Grundsatz immer noch das Gleiche. Ja, und wenn dann der große Krieg ist und wieder Millionen abgeschlachtet werden auf die grausamste Weise, dann sagen die Leute, ja, das verstehe ich auch nicht, wie das kommen konnte. Nee, das ist deswegen gekommen, weil die Leute das genau jetzt dieses System stärken, das Hitler hervorgebracht hat und sich darüber nicht bewusst sind. Ja, das Kleine dieser Inselmodelle, ich habe ja über die Doppelschienigkeit gesprochen, Das Kleine ist schon sehr gut, aber positive Anreize ab Tauschhandel sind eben extrem wichtig, auch im Kleinen. Also wenn die Insel anfängt, Tauschhandel zu treiben mit irgendjemandem, müssen sofort die positiven Anreize rein. Weil sonst ja wieder das Gleiche geschieht, nämlich die Evolution hin zu diesem brutalen Raubtierkapitalismus. Mit allem, was dazu gehört, mit all den vorteilbringenden Irrtümern. Ja, hätten wir die Erfindung des Tauschhandels getätigt und dann sofort die positiven Anreize etabliert, installiert und so weiter, hätten wir nie Probleme bekommen. Ja, und dann war interessant, bei so einer Insellösung, wer war eigentlich erfolgreich? Osho Bhagwan Shriraschnish war extrem erfolgreich, die Bild-Zeitung hat über diesen Sexguru geschrieben, der Stern hat über den Sexguru berichtet und so weiter. Der war ein Philosophie-Professor der Sexualität auch, auch wenn er nicht völlig, seine Konzeption ist nicht völlig unverklemmt. Aber der hat Millionen von Menschen erreicht. Immerhin, das muss erst mal irgendein anderes Inselprojekt nachmachen. Auch wenn es noch so kläglich gescheitert ist, weil natürlich dieser Osho Bhagwan Shriraschnish noch nicht so weit war wie die Next Scientists for Future. Der wusste noch nicht, wie das geht und wie ein Mini-Staat wirklich aufgebaut werden muss und so weiter. Da fehlte einfach die Kompetenz. Immer wieder das Gleiche, Kompetenzmangel. Ja, und dann ging es darum, dass natürlich auch so diese Freude, das im Geistigen, den richtigen Weg zu entwickeln und so weiter, dass das natürlich auch etwas Körperliches ist. Denn wir sollten nicht mehr von Neugier in der Psychologie sprechen, sondern von Neulust. Das ist einfach eine Lustquelle. So wie sexuelle Lust eine Lustquelle, eine Glücksquelle ist, ist auch die Neulust eine Glücksquelle. Denn irgendwie müssen ja die Lebewesen dazu hingelockt werden, dass es ihnen Spaß macht, ihre Umwelt kennenzulernen, weil sie nur dann natürlich auch gut überleben können in der Umwelt, wenn sie sie gut kennen, weil sie sie dann sinnvoll nutzen können. Ja. Ja, und dann haben wir, brauchen wir natürlich eine Wissenschaftsreform. Ja, das ist klar. Experiment, bedingungsloses Grundeinkommen, ja. Ja, das habe ich aber vorhin schon gesagt, dass wir immer sechs Kreise für sechs Kreuze brauchen. Also, dass man sich aus sechs Punkten auswählen kann, fünf ausgeführte Vorschläge für Reformen, die neu sind. Und darunter nochmal der sechste Kreis, alles so lassen wie bisher, ne. Ja, das war's für jetzt, für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald. Sie merken, wir haben viel sonst zu tun. Ich muss mich auf viele andere Sachen im Moment konzentrieren. Tschüssi, bis bald.